Nehmen Sie Milch oder Zucker weder noch. Verstehst du mich? Nehmen Sie Zucker. Meinen Sie es wäre möglich, dass... Glaubst du, sie versuchen es überhaupt? Glaubst du, es wird dir schlecht ergehen? Denkst du, es wird dir gut ergehen? Denkst du, es wird dir gut ergehen? Glaubst du, es wird dir gut ergehen? Glaubst du, es wird dir gut ergehen? Glaubst du, es wird dir gut ergehen?